Was klimmten denn die mit ihren Gitarren dort hinten für einen Altbacken und Schmarrn? Das müsste man, das müsste man, das müsste man verbieten, etwa auf diese Art. Ratatapatsch, ratatamatsch, ratatakratsch, mit vollen Griffen, scharf und hart. Was gixen denn die mit ihren Trompeten? Wollen die hier am Ende die Katzen töten? Das müsste man, das müsste man, das müsste man verbieten, etwa auf diese Weise. Und nun zusammen das Ganze von vorn, das zieht euch das Trammelfell aus den Ohren. Somos war nasch, somos war nasch, somos war nasch, Arbiter! Ratatapatsch, ratatatatatsch, ratatatatatatUNakotaaaaatatatsch! Ratatapatsch! Ratatatatutsch!